Ich hab's aber gehört. Das ist wieder so ein trauriger Chaos. Das ist so, weiß ich nicht, Schwefelwein. Ach, da bist du. Jetzt hab ich dich gesehen. Aber ich geh mal eben schnell. Kurzer Feuer, kurz vor dem End. Ich weiß ja nicht, wie lange du noch machen möchtest. Eben auf Toilette. Weil ich muss. Ja. Mach du eben noch ein bisschen. Ich komm sofort wieder. Warten. Nervt nämlich. Ja. 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 so so 7 2 9 und 4 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 15 wenn man in den videos reingucken kann und das gezeigt hat hey Spacken soll mal wieder herkommen und er aufhören zu kacken hier mal einen Schlauch ja du Spacken hey du Spacken, kann man noch mal in den Netzer rein ah war ich doch gerade ja komm noch mal rein ja und jetzt bin ich drinnen oh wo ist er komm mit das ist das Teil LOL das ist das was ich meinte geil geh mal rein da ach willst du es noch weiter irgendwo mit dich müssen wir mal gucken wo das reingeht auch hier es geht ab geh mal rein da na dann hier klatsche polytool klingt doch eh nicht kaputt ne hä klingt die glaube ich eh nicht kaputt wegen block protection ach schämt ja beim Führer den haue ich den hey ich werde auch weggekickt von denen aber einer ist schon mal down bei sind down wir sind eigentlich vier stück drin ein bisschen lauter und sein ja viel viel mehr wir sind das in einem nächste müsste down sein jetzt will nur einer oder so der nächste ist down naja ist ja noch einer das stimmt auch schnell kann das sein dass wir hier mit uns sparen ne ich mach grad die ganze blaze oh das mond der nächste ich glaub die spawnen hier wirklich drinnen ne kannst du nicht einfach still water hinsetzen hier ne lass mal was ist wenn ich das eigentlich mach ähm difficulty null klar guck mal hier looool ein wizard boss spawner das ist ne zum farmfahren blaze und netherster what the fuck guck mal du musst das einfach so machen nimm raus du hast ihn rausgenommen weißt ihn nicht ich mach grad einfach so lol ja ich sag ja nur dank der google glasses hab ich das grad nur ne das farm hast du schon wieder eine gefunden hm das ist ne resonant energy strong chest lol ja ich nehm die mal mit ja nimm die mal mit kann ich nicht bin nehm warte ja moment geh weg ich kann sogar abhauen damit müsste sogar abhauen ne dann damit lol überall ich möchte jetzt noch weiter runter gebuddelt mhm ok heftig ne ist natürlich heavy geh hier gerade wieder raus nach oben du 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 jetzt wird übel sie farm können aber man kann sich hier drin nicht porten das ist kacke ne aber ich weiß wo mein ding ist da irgendwo ein paar blöcke entfernt ach du wartest jetzt da vorne und kommst dann zu mir oder was oder hast du die koordinaten jetzt eingegeben denkst du nicht ich hab da kein fortgesessen jetzt einfach was rote meer ich bin schon wieder zurück ich habe zeit für die lava aussicht schön mit komfort aber du kannst du nicht brauchen wir in anderen dimensionen bin es ist gemein war doch noch nicht jetzt sind wir hier Warum? So. Okay. Ich find's. Was denn? Hm? Was ist das? Du bist aus dem Gamer draus, ne? Äh. Jetzt. Deins. 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 Warum so viele? Weil die da alle drin waren, weißt du was? Du hast glaub ich nur Shift-Links-Click gemacht, ne? Ja. Ich hab ganz schnell gelootet eben. Ja, das war mir fast schon klar. Deswegen fand ich's geil, dass du's nicht gesehen hast. Ich mach mal jetzt mal die Quick-Tags auf. Ja, ich tu erstmal alles hier rein, was ich grad nicht brauch. Achso, ich tu mal eben. Heftig, ne? Ja, das ist schon heftig. Ich mach mir die goldenen Sachen hier noch raus, die ich hier nicht brauch. Was ist das? 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 Dann weg. Gut, dass wir das doch noch gemacht haben. Ja. Warum tust du das nicht in die Kisse rein? Der sorgt das viel schneller raus, als du das ins ME-System packen kannst. Keine Ahnung. Die ganze Zeit geht viel schneller. Aber das ist gut, dass wir das hier noch gemacht haben. 64 Mal Golden Drum Mal. Alter Schwede. Weißt du, wie viel Goldböcke du da machen kannst? Ja, aber irgendwann ist es sowieso jetzt noch so ein bisschen so, just for fun, ein bisschen rumfliegen. Ja, ja. Deswegen ist es trotzdem gut gewesen, dass ich das nochmal gesucht habe. Nei. Okay. So. Inventar voll, nein. Okay, jetzt kommen erstmal die Codebacks. Hab ich schon. Black Stain Glass 50 Mal, Red Stain Glass 50 Mal und Blue Stain Glass 50 Mal. Und mein Inventar ist voll. Erstmal ein Beam. 5 Skeletonskulls. Bronzy Furnace. Bronzy Crusher. Resonant Ender Buckets. 4 Ender Palen. 1 Ender Generator. Creative Copper Enders. Ich mach einfach nur auf. Halt noch Platz. Gunpowder. Topical Hive. ME Interface. 3 Stück. Melone. 5 ME Kerbel. Und was weiß ich. Glowstone. Das. Und so'n Schrott. Das erstmal. Klären. Ich hab alle. Die Pickbacks. Die Pickbacks. Hab ich grad schon gemacht. Ich hab alle. Ich hab alle. Ich hab alle.